Steffen Baumgart mit dem Ausgleich. Der junge Uce Iqwe mit dem Traumtor aus gut 20 Metern. Jan Sandmann, der Defensivspezialist, mit langem Sprint in die Spitze. Kostadin Widolov mit dem Tor des Tages. Der eingewechselte Salif Keiter traf. Der Ausgleich durch den zweiten Einwechselspieler des Tages durch Sixten Veit. Kopp bei Karl. 1 zu 0 für die Gäste. Matuszka schießt, setzt. Tor! Und nochmal die Chance. Was für ein Tor! Was für ein Tor von Matuszka! Terodde! Tor! Achtung jetzt die Chance. Özbek, da ist das. 2 zu 1. Damit startet genau im richtigen Augenblick und macht das Tor! Bist du denn verrückt? Terodde macht das Tor! Er macht das Tor! Kommt gut! Adam Nemecz! Da ist der Abnehmer und da ist das 3 zu 2. Aus 0 zu 2, 3 zu 2. Eckball Matuszka. Riesenchance! Nächste Möglichkeit und jetzt ist der Ball drin! Was macht Himmelmann da? Das gibt es doch nicht! Himmelmann mit dem Feder und Poltler mit dem Tor! Nächste Chance! Nächstes Tor und die Führung für die Eiserne! Skrivski, der Pass auf Wurte-Sauce! Und da ist der Ball! Ein Tor! Da ist der Ball! Ein Tor! Redondo! Ja, Pass in Stentrum! Riesenchance! Tor! Union! Kosinat! Getty Redondo mit dem 2 zu 0! Poltler ist da! Poltler ist da! Was für ein Tor! 1-0 Union Berlin! Trimmel! Fieser Ball und Tor! Trimmel mit dem Freistoß! Poltler! Nochmal Endlos und Tor! Und Tor! Siak mit dem Fehler und Pröbel und Stien! Und das zweite auch noch hinterher! Andersson mit Glück! Andersson machte das dritte! Ja! So, Möglichkeit zur Entscheidung! Joule! Klasse gemacht! Und da ist die Entscheidung! Wieder Andersson! 4 zu 1! Das muss es sein! Jawohl! Röbel, Anschlusstreffer! Kugia! Kugia! Abgefälst! Tor! 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 Tor!